Schaffen wir es in diesem Video, SCP-096 zu besiegen. Mit seinem Klammergriff versucht er uns zu packen, dass wir ihn nicht erreichen können. Wir haben wieder verschiedenste Fahrzeuge, die wir gegen ihn benutzen können. Wir haben dazu drei Leben und eine Sonderregelung gibt es. Nämlich, wenn wir es schaffen sollten, in seinen Mund hineinzufliegen, passiert etwas Gruseliges. Wenn ihr die nächste Episode haben wollt, dann lasst jetzt schon mal alle Likes da und schreibt SCP in die Kommentare. Habt ihr das gerade gesehen? Der hat mich einfach angeguckt. Wir starten mit der Episode in Terna. Jo Leute, was geht ab? Willkommen zu einer neuen Episode in Teardown. Was ist jetzt gerade passiert? Warum bin ich nicht auf der oberen Plattform? Hallo? Oh mein Gott, wer schreibt mich da an? Hallo? Oh mein Gott. War das gerade SCP-096? Äh, okay Leute, ich glaube wir sollten... Oh nein, da ist er Leute. Oh, Alter, der ist ja richtig gruselig, Freunde. By the way, wenn wir es schaffen, in seinen Mund hineinzufliegen mit eines der Fahrzeuge, wird irgendetwas in diesem Video passieren. Es wird wirklich krass. Also bleibt unbedingt dran. Wir werden unbedingt versuchen, in seinen Mund zu fliegen. Aber es sieht so aus, als würde er mich beobachten, oder? Guckt euch das mal an. Oh, oh, oh nein. Oh! Hat der gerade mit dem Schrei das TNT explodieren lassen? Okay, das ist nicht gut, Freunde. Oh mein Gott. Okay, der ist, der ist crazy. Ich muss es über die Leiter nach oben schaffen, Freunde, damit wir das da, äh, zu dem Auto packen. Hallo? Yo, der hat einfach... Oha, okay, Freunde, wir müssen hochklettern. SCP-096 ist übelst gefährlich. Okay, lass uns hier hochklettern. Na los. Puh, okay, wir sind hoch. Perfekt, Freunde, und das Wetter hat sich geändert. Jetzt können wir ihn endlich sehen, Freunde. SCP-096. Und ihr habt es gerade gesehen im Intro. Er kann mit seinem Schrei einfach Sachen zum Explodieren bringen. Und er wird sich auf jeden Fall versuchen zu verteidigen, dass wir ihn nicht erwischen können. Wir haben fast ein Leben verloren bei dem Intro. Aber ja, ich würde sagen, Freunde, wir nehmen erstmal am besten hier diesen Hotdog-Van, weil ich glaube, SCP-096... Du hast bestimmt Hunger von, äh, Töser-Grill. Was ist Töser-Grill? I don't know. Alles klar, Freunde, schreibt alle mal SCP in die Kommentare. Let's go. Au, oh, 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 okay. Äh, oh mein Gott. Das war close. Das war sehr close. Ich muss unbedingt wissen, was passieren wird, wenn wir durch seinen Mund hindurchfliegen. Deswegen probieren wir das mal mit diesem Fahrzeug. Okay, let's go. Oh, 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 oh. Oh mein Gott. Er schreibt mich an. Oh. Okay. Leute, der ist... By the way, ziemlich große Füße hast du. Weißt du was? Wir probieren mal Folgendes. Sollen wir versuchen, dieses Ding zum Explodieren zu bringen? Dann würde SCP in Flammen aufgehen. Aber ich glaube, er will das nicht, oder? SCP-096. Vielleicht können wir das ja mit einem... Hier, damit könnten wir es... Na los. So. Wait. Fängt er jetzt Feuer? Hä? Aber ich hab doch nur... Ey, nein, 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 nein. Löschen, löschen, löschen. Wir müssen es löschen. Das Feuer muss gelöscht werden. Oh Gott. Okay. Ich glaube, wir sollten weggehen, bevor das explodiert. Alles gut, Leute. Nichts passiert. Nichts passiert in dieser Episode. Es ist alles... Oh mein Gott. Dieser Schrei von ihm. Er ist so ultra weird. Alter. Okay. Er hat aufgehört, Freunde. Was ist hier alles gerade explodiert? I don't know, Freunde. Es ist sehr, sehr weird. Es ist sehr, sehr gruselig. Ich finde SCP-096 eigentlich... Vergessen Sie, das Motorrad ist nicht fahrbar. Ich finde SCP-096 eigentlich eine der gruseligsten SCPs. Und was ist das für ein Schulbus? Den bin ich noch nie in Teardown gefahren. Nehmen wir einfach mal diesen Mini-Funny-Bus. Okay, Leute. Let's go. Alles klar. Versuchen wir, ihn Damage zu machen. Und los. Auf geht's. Leute, ich glaube, ich habe mein Leben irgendwie noch behalten. Oh mein Gott, Leute. Das wird ja... Oh nein, nein, nein. SCP ist ja richtig am Brennen. Sorry. Leute, ich glaube, wir löschen ihn, oder? Was meint ihr? Achtung. SCP ist am Brennen. Und aus irgendeinem Grund... Okay, wir müssen es noch schaffen, bevor das Ganze hier eskaliert, Leute. Weil ich will nicht, dass das Feuer mein ganzes Spiel zum Laggen bringt. Los. Los. Feuer löschen. Ganz wichtig. Ganz wichtig, Leute. Ganz wichtig. Wir müssen jedes einzelne Stück... Oh. Ähm. Sein Bein ist einfach abgefallen. Okay. SCP ist gerettet. Yay. Na los. Was sagst du zu deiner Rettung dazu? Okay, das war mir so klar. Okay. Alles gut. Entspann dich. Ich glaube, das liegt daran, dass er Schmerzen hat. Okay. Welches Fahrzeug können wir benutzen, Freunde? Wir müssen unbedingt mal Damage an SCP-096 machen. Wir haben ihn immer noch nicht getroffen. Achtung, SCP. Wir kommen. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, ganz knappes Ding. Okay, das war close. Alter, das Feuer ist ja richtig strong. Ich komme irgendwie nicht an diesen SCP ran, Leute. Oh. Okay. Beruhig dich, SCP. Er versucht mich wirklich mit allen Mitteln davon abzuhalten, dass ich in seinen Mund fliege. Was ist da drin, Leute? Ist das ein Geheimnis? Achtung. Oh. 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 Yo, yo, yo. Damage. Damage. Oh. Guten Damage. Guten Damage. Wir haben ihn echt gut gemacht. Vielleicht sollten wir mal ein größeres Fahrzeug nehmen. Aber ich nehme keines von diesen explosiven Autos, Leute. Die sind auf jeden Fall... Wait. Let's go in. Wait. Was machst du? SCP. Hörst du mal bitte auf? Oh mein Gott. Yo. Yo. Wait. Explodieren die gleich? Ah. Okay. Ich habe Leben verloren. Und gleichzeitig hat er jedes einzelne von diesen Tankfahrzeugen zerstört. Na gut. Vielen Dank auch, SCP. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal einen LKW, der nicht vollgetankt ist mit Benzin oder irgendwas anderem, was explodieren kann. Wir machen uns also auf den Weg, Leute. Und zerstören jetzt SCP-096-Karriere. Let's go. Oh Gott. Das war nicht gut. Und das war alles andere als gut. Das war gar nicht gut. Und an alle, die wollen, dass wir noch SCP-173 und noch weitere Kreaturen in Teardown besiegen, schreibt SCP in die Kommentare und lasst alle ein Like. Dabei 3000 Likes sage ich euch, gibt es die nächste Folge mit SCP. Okay, komm. Der Bagger muss doch wenigstens was machen, Freunde. Warum ist der so schwer zu besiegen? Normalerweise habe ich nicht so Probleme. Vielleicht liegt es daran, dass die Rampe nicht so steil ist. Okay, Leute. Auf geht's. Der Bagger. Oh nein. Ein SCP macht sich in Verteidigungsstellung. Und... Hey! Yo! Let's go! Let's go! Das war gut. Das war gut. Oh boy. Alter. Es regnet. SCP. Okay. Ich sag's mal so. Wir haben ein ziemlich großes Loch in der SCP gemacht. Und tatsächlich hat es seinen Mund erwischt. Aber wir müssen straight in seinen Mund reinfliegen. Dann gibt es etwas Bonusmäßiges. Okay, SCP. Was haben wir als nächstes? Oh Gott. Nein, 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 nein. Hilfe! SCP schreit mich wieder an. Und ich sehe, er beobachtet mich. Er sieht mich. Jetzt siehst du mich nicht. Okay, das war jetzt echt unnötig, oder? War das jetzt wirklich nötig, SCP? Vielleicht würde er mich einfach nur umarmen. Das könnte es auch sein. Okay, als nächstes, Leute, mit dem Harpunenfahrzeug. Come on, Leute. Harpunenfahrzeug hat mich noch nie enttäuscht, oder? Hat es mich noch nie enttäuscht? Ja, wir haben uns rangehackt. Wir haben uns rangehackt. Ich glaube, da ist eine Verbindung. SCP? Oh mein Gott, Alter. Freunde, ich muss hier langsam überlegen, eine Jumpscare-Warnung in diesem Video zu machen. Okay, ist ja gut. Schrei nicht so rum. Wir sind ja wieder da. Leute, ich muss wissen, was passiert, wenn wir reinfliegen in seinen Mund. Aber erstmal versuchen wir ein bisschen Damage zu machen, weil er mit seinen Armen mich extremst ableckt. Und, Achtung. Yo, let's go. Sehr nice. Das war nice. Das war close. So, so. Ich glaube, er hat keinen Bock drauf. Okay, Leute. Oh, der ist gut. Nein! Warum schafft er es perfekt so? Wait. Leute, ich fliege. Wo fliegen wir hin? Oh Gott, Alter. Sieht das weird aus. Meint ihr, wir schaffen es noch irgendwie auf seinen Kopf? Oh, Trickshot! Und ich habe Leben verloren. Cool. Alles klar, der Trickshot hat dazu resultiert, dass ich ein weiteres Leben verloren habe. Sehr nice, muss ich sagen. Sehr nice. Leute, ich bin in so einer kleinen Zwickmühle. Einerseits kann ich ihn versuchen zu zerstören, aber wenn wir nicht durch seinen Mund durchfliegen, bekommen wir nicht die Überraschung in diesem Video. Vielleicht könnte ich versuchen, draufzuspringen und dann einfach in den Mund hineinzuklettern. Alter, was ist das für ein Fahrzeug? Das steuert sich ja... Das steuert sich so bescheuert. Das ist dumm. Das Fahrzeug hat nichts gebracht. Leute, das Ding hat ein Geschütz. Oh yeah! Let's go, SCP! Was sagst du zu meinem Gesch... Oh, wow! Leute, wo bin ich? Wo bin ich? Okay, ich bin hier. Ich lebe ja noch. Wir müssen uns die Taktik überlegen. Achtung. Rampe. Oh, die kommt gut. Der kommt gut. Der kommt gut. Der ist gut. Der ist gut. Der ist gut. Okay, ich entscheide mich dazu, ihm erstmals Schwäche zu geben, damit er nicht mit seinen Armen rumfuchteln kann, wie er es gerade tut. Achtung! Und... Ja, Mann! Let's go! Nein, mein Nitro geht mir aus. Mein Nitro geht mir aus! Los! Na, warte. Noch einmal. Na, los! Ja, das ist gut. Nein, 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 nein. Nicht rausfallen. Nein! Das war so gut. Das war so gut. Er nimmt immer mehr Schaden, Freunde. Versteht ihr? Schadenfreude. Schadenfreude. Nein, nein. Okay. Ich höre auf. Langsam denke ich, Freunde, es ist unmöglich, seinen Kopf zu treffen, weil er ist... Die Rampe, die führt nur hier durch. Nur hier durch. Wir müssen also, glaube ich, uns von innen hochkämpfen. Das ist ja auf jeden Fall eine Idee. Okay, ich würde sagen, Leute, das probieren wir mal. Okay, Freunde, wir sind jetzt im Inneren von SCP-096. Und ich weiß... Okay, yo, yo. Hast du dir gerade ein Loch reingeschrien? Mein Gott, Leute, wie grusig das aussieht einfach. SCP-096. Okay, wir haben auf jeden Fall den Sledgehammer. Vielleicht können wir es schaffen, von hier auf ihn drauf zu klettern. Oder ich habe eine andere Idee. Leute, ich habe doch den Helikopter, oder? Haben wir noch einen Helikopter irgendwo? Ich glaube nicht. Nee, Leute, es sieht nicht so aus, als hätten wir in dieser Episode einen Helikopter. Sonst wäre ich damit direkt reingeflogen. Wir haben auch keinen Jet. Okay, dann probieren wir es folgendermaßen. Straight drauf, Leute, in SCP-096. Und dann versuchen wir einfach zu landen. So! Nein, nee, das ist nicht gut. Oh, das ist okay. Warte, das war gut. Jetzt müsste ich irgendwie versuchen, auf seine Arme zu klettern. Das ist die Lösung. Wir müssen seinen Arm berühren. Okay, Freunde, ich habe jetzt auf jeden Fall eine Lösungsidee. Wir müssen es schaffen, eine seiner Arme zu berühren, dort auszusteigen. Und wenn wir das schaffen, können wir auf seine Schulter klettern und dadurch in seinen Mund reinkommen. Okay, Freunde. So! Das war ein Versuch wert. Oh, okay, warte, ich bin auf seinen Beinen. Okay, das ist auch vielleicht eine Möglichkeit. Es ist schwer, hier hochzukommen. Okay, Leute, ich bin auf SCP-096-Bein gerade. Und jetzt schaffe ich von hier aus irgendwie auf... Ja, das wäre eine Idee, Leute, das wäre eine Idee. Freunde, das ist hier aber absolut Mission-Impossible-Style gerade, was ich hier mache. Nur, um in das Gesicht von ihm reinzufliegen. Es ist nämlich unmöglich, mit den Fahrzeugen ihm Damage zu machen. Und? Yes! Okay, wir sind oben, Leute. Wir sind oben drauf. So, auf seine Hand kann ich jetzt noch nicht klettern. Oh, okay. Ich habe es irgendwie geschafft, Leute, in das Loch von ihm reinzuklettern. Jetzt ist der Arm nicht mehr weit entfernt. Wenn wir jetzt hier draufklettern würden... Das fühlt sich einfach an, als würde ich hier ein Haus zerstören. Aber es ist einfach... Es ist eine SCP-Kreatur. Meint ihr, den Trick-Jump schaffen wir? Let's go! Okay, jeder, der das Video jetzt guckt, der muss jetzt ein Like da lassen. Das war jetzt First-Try. Und es war so gefährlich. Warte mal, der Arm bewegt sich. Warum bewegt sich der Arm? Okay, das ist merkwürdig, Freunde. Wir bewegen uns auf seinem Arm gerade. Okay, er darf jetzt bloß nicht mit dem Arm rumfuchteln. Wenn wir es schaffen, jetzt hier hochzuklettern, passiert die Überraschung. Okay, hier sind wir jetzt oben. Und Achtung! Jetzt müssen wir nur noch, Leute... Wie gruselig sieht denn sein Rücken aus. Jetzt müssen wir es nur noch irgendwie schaffen. Wow, 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 wow. Wow, Leute, sein Arm zittert. Sein Arm zittert. Das ist ganz, ganz merkwürdig. Okay, Leute, mein Plan ist jetzt, von hier aus im Kreis um ihn herumzuspringen, damit wir in seinen Mund reinkommen. Wenn wir das schaffen, wird etwas in diesem Video passieren. Also, um euch abzusichern, Freunde. Lasst einen Daumen nach oben da, Freunde. Dann wird euch SCP-066 in euren Träumen nicht verfolgen. Also, alle mal Like da lassen. Okay, ich würde sagen, wir probieren es. 3, 2, 1... What? Leute, der Bildschirm ist komplett schwarz geworden. Was passiert jetzt? Wow. Leute, warte, ich kann meine Kamera bewegen. Das ist jetzt ganz komisch. Hört ihr dieses... Hört ihr das Weinen? Hier weint jemand. Hallo? Oh, mein Gott. Leute, das ist SCP-096. Wo bin ich hier? Was ist das? Hallo? Hey, Leute, ich kann mich hier rumbewegen. Wie weird sieht das denn bitte aus? Okay, Freunde, SCP-006. Alles wird hier okay? Hallo? Wie bin ich hier reingekommen und wie komme ich hier wieder raus? Ist das vielleicht sein Unterbewusstsein? Er hört nicht auf zu weinen. SCP? Hallo? Leute, es ist merkwürdig. Er sagt nichts. Er hat aufgehört zu weinen. Oh, mein Gott. Dreht er sich gleich um? Oh, mein Gott. Hallo, SCP. Bitte mach mir nichts, okay? Oh, wo es geht? Ah! Oh, oh, oh. Oh. Was war das gerade? Wait. Der hat sich komplett geheilt. Meine Autos. Leute, ich hab... Ich hab... Ich hab keine Autos mehr. Alle Autos sind zerstört. SCP hat sie einfach zerstört. In der Zwischenzeit, wo ich bei ihm war. Und dadurch hat er sich einfach geheilt. Was soll das? SCP! Oh, mein Gott. Wie kann ich ihn jetzt besiegen? Das... Das ist doch gar nicht möglich. Leute, ich kann SCP nicht mehr besiegen, oder? Muss ich irgendetwas machen? Oh, er macht die Straße kaputt. Er macht die ganze Straße kaputt. Oh, oh, oh. Oh, Freund, was? Abonnieren? Für Finish? Leute, drückt alle auf Abonnieren. Wir kriegen es sonst nicht, in der SCP zu besiegen. Also alle abonniere den. Drei, zwei, eins. Oh, let's go, Leute. Wir haben einen Rocket Launcher bekommen. Oh, nimm das SCP. Und, warte. Es hat ihn gerade so getroffen. Nimm das, Alter. Bam! Bam! Bam, Leute. Okay, wir müssen es jetzt schaffen, ihn zu besiegen. Komm schon. Die Arme... Oh, es wischt die Arme von ihm. Die sind aber nicht zerstörbar. Na los. Müssen die Arme von ihm zerstören, Freunde. Er nimmt signifikant Damage, Leute. Oh, ja. Oh, ja. Yo, seine Arme sind zerstörbar. Man kann sie jetzt zerstören. Yo. Nichts kann ihn mehr aufhalten. Oh, let's go, Leute. Wir können sogar jetzt fliegen. und ihn besiegen. Oh, nice. Let's go. In das SCP. Warte, wir versuchen mal. Wir versuchen, ihn mal zu erwischen hier im Gesicht. Achtung. Alles auf den Mund. Yeah. Yeah. Alter, das macht Damage. Oh. Yo. Yo. Oh, mein Gott. Ja. Er fliegt. Yes. Oh, yo. Yo, 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 Leute. Er kippt um. Er kippt um. SCP-096 kippt um. Wir haben ihn besiegt. Yo. Wie das am Explodieren ist. Oh, mein Gott. No way. Yo. Ich hoffe, das Spiel crasht nicht. Ich will sehen, wie das aussieht. Leute. SCP. Wir haben ihn zum Umkippen gebracht. Wir haben es geschafft. Indem wir in das Innere seines Kopfes reinkommen, konnten wir ihn tatsächlich besiegen. Und es ist nur noch das hier übrig. Wir haben es geschafft, Freunde. Warte mal. Hört ihr das? Hier ist irgendwas im Anflug. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Leute. Das wird mein Spiel crashen. Das wird mein Spiel nicht aushalten. Oh. Oh. Wow. Alter. Was geht ab? Bro. Yo. Das Spiel läuft noch. Es läuft noch. Oh. Das. Das ist Wahnsinn. Ist noch was übrig geblieben. Nichts mehr übrig. Es ist alles am Brennen. Yo. Das sieht aus wie so ein Vulkan. Oder wie der Nether in Minecraft sieht das gerade aus. Freunde. Damit würde ich sagen. Wir haben SCP-096 in Teardown besiegt. Wollt ihr noch die anderen? Es gibt noch so viele mehr von den SCP-Kreaturen. Viele haben sich gewünscht, dass ich wieder was zur SCP mache. Also. Wollt ihr es in GTA 5 oder wollt ihr es in Teardown? Entscheidet es in den Kommentaren. Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Episode wieder. Ich mache es mir jetzt schön bequem in diesem Lagerfeuer. Und wir sehen uns. Haut rein. Und ciao.